Ich finde es super, dass die Tarifrunde mit einer beschäftigten Befragung startet, weil es im Unternehmenrat so unterschiedliche Herausforderungen gibt. Auswirkungen des Ukraine-Krieges, offene Auftragsbücher, Materialverfügbarkeit und ähnliches. Und durch die Befragung schaffen wir das, zu erkennen, wo die Prioritäten sind, um so dann gemeinsam auf die Straße zu gehen und zu kämpfen.